Apropos Ratten, da finde ich es keine Überlautung, aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ihr auch in den nächsten zwei Stunden dabei bleibt und mit mir zusammen den Abend genießt. Da kommt übrigens gerade die Alex Polzin rein. Hallo Alex, schön, dass du auch da bist. Wir sehen uns bald. Bleibt dran, bis gleich.